ja das war das alle und herzlich willkommen zu diesem infovideos ja mit allen wieder außer zwei leuten außer zwei die nicht dabei sind mehr wer die jetzt nicht mehr bei den probieren wir sind weil sie krebs verbreitet haben und sie gesagt er hat jetzt AIDS wegen ihnen ja genau sie gesagt er hat AIDS verbreitet weil er mit ihnen geschlafen hat ja und deswegen im Krankenhaus ja genau sie können ihnen Glück wünschen ja genau ja ich bin irgendwo in Ungarn um wir sind jetzt hat er sagt über Worte die denn jetzt reden ich sterbe die schlechte Gezeihe ist es vielleicht noch ein Team mit ja okay dann halt nicht jetzt haben wir schon Info wieder wasser eine der Team eine der Team eine eine ja ja jetzt sagt doch mal irgendwer was wie es weitergeht wir sagen noch ganz Zeit das ist uns nicht reden ja dann sagt mal wie es weitergeht los ein Coinschests 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 zum ersten Mal zum ersten Mal los ich weiß ich weiß das ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß die muss finden die 7 500 Coins Bernhard nein nein einer hat es gefunden 500 Coins egal so reden wir jetzt nie mal über Kanal bis weiter geht oder also ja wir reden jetzt über oh also ich komme er also noch folgt ja ja wir fangen mal an zu reden weil sonst wird ich hab nichts zu essen da ich auch nicht schreckt nicht also los ja jetzt fleisch hallo es wird so weiter geht das keine Ahnung jetzt so raus schmissen und eine Weitung nein das wir weitermachen aber es wir sollten einen kleinen Neustadt geben sagen wir so oder ja da ist das Gegner zum Beispiel bei Let's Play Minecraft das jetzt ja zum Beispiel bei äh die jetzt keine Ahnung bei welchem Part Minecraft wir jetzt aufgehört haben das beginnt alles von vorn weil da haben wir sich ja auch aufgelöst und jeder hat eigenes Haus gebaut ja aber was auch so sein sollte aber ich bin tot ja aber jetzt geht es wieder regelmäßig Videos zumindest versuchen wir es diesmal ja da er bei uns hat es gerecht du ist ich hab's vor aber tot die Hunde egal sind die Ahnung so Video ist auch aus dem der Wichser AHHHHH AHHHHH Oh mann, ich hab wohl auch überlebt Ja, und dann kommt der Rennart Schlägt mir erstmal alles ins Gesicht Mehr gibt's nicht zu sagen, oder? Äh, ja, wir sollten alles nochmal zusammenfassen Ja, mach Julian, mach du Also, wir haben jetzt alles äh, neu gestartet mit den Pro Gamers und haben jetzt Ben and Daniel ausgeschlossen weil sie nichts getan haben Nach mehr Erinnerungen Genau Weil, er hatte unter das Video geschrieben, dass er real life viel zu tun hatte Das einzige, was er getan hat, ist ganze Zeit Arma 3 gespielt und das kann's einfach nicht sein Das ist real life Das ist real life Arma 3 Und wir wollen jetzt den Kanal neu machen und neues Intro, neues Kanal Design und ja Alles neu Genau, das wollten wir Eigentlich sagen, mehr gibt's jetzt eigentlich nicht mehr Ja, wir haben es schon verloren, also es ist egal Ja, ne Und ich wurde von mir wird es erstmal nicht so viel geben aufgrund von Berufsschulstress ETC Berufsschulstress Wir werden zicke zicke gut vertreten Ja, und Ja, genau, natürlich Ja, ne Dann, passt das, ne Das war's, bis zum nächsten Mal würde ich sagen Ja Bis zum nächsten Mal und Tschüss 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 Vielen Dank.